Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Geld und Finanzen aus dem DECA-Verlag näher zeigen. Der visuelle Crashkurs sozusagen. Genau, das Buch hat 256 Seiten, kostet 19,95 Euro und in diesem Buch lernt man ja sozusagen alles über Geld und Finanzen kennen. Angefangen bei den Grundlagen über Finanzinstitutionen bis hin zu persönlichen Finanzen auch. Den Beginn macht unter anderem zum Beispiel Tausch, Schuld und Geld, wie es also zum Direkthandel oder Handel mit Schuldscheinen überhaupt kam. Die Betriebswirtschaft spielt natürlich eine große Rolle bei Finanzen, sodass dies ebenfalls ausführlich behandelt wird. Toll erklärt werden hier die Finanzinstrumente in einfacher und wirklich gut verständlicher Sprache, auch für Leute, die weniger davon jetzt zu tun und damit zu tun haben. Spannend war für mich jetzt persönlich auch das Thema Marktveränderung vorauszusehen, was sicherlich auch für viele Aktieninteressierten sein wird. Und hier wird sehr gut veranschaulicht, wer für das Geld zuständig ist und welche Rolle dabei zum Beispiel auch Medien und vieles andere spielen. Auch sehr interessant. Staatsbankrott war ein sehr wichtiges und etwas beängstigendes Thema, ehrlich gesagt, aber überaus lesenswert. Und sehr wichtig finde ich auch das Kapitel über Vermögensaufteilung und Vermögenssteuerung, die jeden von uns betrifft und deshalb sehr aufmerksam gelesen werden sollte. Man kann sehr viel für sich selbst dabei mitnehmen. Und auch das Kapitel über Steuern ist sicherlich für viele interessant und man kann danach sicherlich vieles besser nachvollziehen. Das Buch umfasst also wahnsinnig viel Wissenswertes rund um das Thema Geld. Es ist sicherlich keine einfache Lektüre für zwischendurch, aber für eigentlich alle doch sehr lesenswert, um zu verstehen, wie die Welt einfach funktioniert und wie man selbst tätig werden kann, um mehr für sich selbst rauszuholen. Ich wollte das Buch unbedingt lesen, weil ich durch solche Bücher eigentlich immer etwas mitnehme und versuche umzusetzen, wenn ich eine Möglichkeit finde. Also für alle an sich eigentlich doch eine Buchempfehlung. Schaut gern mal rein. Ihr findet das Buch wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Vielen Dank!